Herzlich willkommen zurück. Ich habe einen interessanten Channel auf YouTube gefunden und zwar ist es der Channel Video From Space und da geht es vornehmlich um die Videoreihe, in der auf der ISS von dem Kommandeur Chris Hetfield verschiedene Sachen gezeigt werden. Also Schüler konnten vor einiger Zeit wohl verschiedene Fragen einreichen und er beantwortete diese dann live auf der ISS und man sieht halt in Videoformen, wie das dann genau abläuft, welche Schwierigkeiten es gibt und wie diese Schwierigkeiten gelöst werden. Mit dabei ist unter anderem, wie wäscht man sich die Hände im Weltraum, wie schläft man im Weltraum, also wo schlafen Astronauten im Weltraum, was passiert, wenn man einen Lappen ausfringt, also einen nassen Lappen ausfringt und noch viele weitere interessante Videos kann man finden. Es ist ja doch immer sehr interessant zu sehen, wie sich die einzelnen Elemente im Weltall ohne Schwerkraft verhalten. Ich mache jetzt mal Schluss, guckt euch die Videos an, ist echt empfehlenswert. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.